Ciao Internet, YouTube, zurück bei Assassin's Creed Brotherhood und eine kleine Sequenz ging mir auch noch flöten und zwar, da waren so komische Hunde, Menschen und 50% Synchronisation, wie sollte es auch anders sein, denn man durfte keine Lebensenergie verlieren, ich habe natürlich verloren und ich wusste nicht, wie das funktioniert und lasst mich in Ruhe mit diesem Part. Okay, es war nur eine kleine Kampfsequenz, mehr war da nicht. Und jetzt muss ich zu dem Rufzeichen und wir gehen gewohnt und mit Freude weiter, oder? Okay, sie müssen von hier gekommen sein, diese komischen Viecherhunde. Dann gehen wir hier rein und da freuen wir uns, was kommen möge. Oh, ja. Upsi. Ah, ja. Die Hallen von Nero, den Schrein des Romulus, wie ihn denn akzeptieren. Was, wau, 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 wau! Innerhalb von 8 Minuten? Never ever. Okay, 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 okay. Okay, okay, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, klar, klar. Okay, die Kamera hat mich hier rauf verwiesen. Das ist fangt schon gut an. Okay, alles ganz ruhig, ganz ruhig. Dieses Spiel macht mich nicht wütend. Macht es mich nicht wütend. Ah, okay. Okay. Noch einmal. Hier rauf. Ezio. Okay. L.S. Ich hab kein L.S. Whatever. Okay. Und nun. Ne. Hier rüber oder da drüben rüber? Huch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, dann hier rauf. Wunderbar. B. Acht Minuten, YouTube. Never ever. Okay, den ersten Sprinkler haben wir in Gang gesetzt. Vier Sprinkler, kein Problem. Okay. Nun, hier rüber. Be. Be. Gib Gas. Ätio. Gib Gas. Bzw. ich muss Gas geben. Ätio. Ja. Floft. Und nun muss ich ... Ja. Okay. Oh ja, Kamera macht mich krank. Jump. Jump. Jump here. Jump here. Go, that's you. Und noch. Okay. Nummer drei. Nummer drei. Und. Blinkst du da drüben? Okay. Ich muss. Wie komme ich hier rüber? Auf den? Okay. Gut. Go. Action. Lara. Komm. Lara. Okay. Oh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Be, 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 be. Geschafft? Oder nicht? Ja. Alles kaputt. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. An, ein, 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 ein. Were, bee, be. Ups. Okay, geil. Okay, ab ins Kühle Nass. Be. Da sind die Idioten. Kommt ihr her? Okay, die waren hier hinten, oder? Äh, ja. Ich vers... Mhm, mhm. Selbstverständlich. Okay, ich muss hier durch. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das bedeutet... Die erzige Öffnung ist hier. Ja, ups. Gott? Gott? Gott. Go... Gott. Wunderbar. Ich verstehe. Vollkommen und absolut. Jetzt ja. Mach. Na, komm schon. Jetzt ja ein wenig. Ah. Achso. Rauf, oder? Oh. Wunderbar. Dann haben wir hier dasselbe nochmal. Richtig. Jetzt ja. Einfach nur rauf. Einfach nur rauf. Exakt. Exakt. Da, 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 da. Langsam jetzt ja. Okay, swing. 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 Yes, baby. Bear. Praktisch, dass hier das Licht an geht. Aha, hier rechts. Rechts rauf. Okay. Kein Auge. Und dann. What? Keine Ahnung. Was hier war das? Okay, dann muss ich hier hinten rauf. Oder was? Oh Gott. Okay, lass mich hier rauf. Ne. Wozu? Dann lass mich... So komische Dinge. Genau, exakt. Das war im zweiten so, dass ich es hier nicht anders. Komm. 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 Zeit zum Plönern muss sein. Gib mir. Money, money, money. Kaladering. Super. Okay, dann. Nein, Ezio. Kannst du nicht dorthin, wo die Kamera ist? Okay. Hier rauf, hier rauf. Stopp, stopp, Ezio. Huh. Okay, dann war das richtig. Okay. Soll ich hier rüber? Oh mein Gott. Ja, Gott sei Dank. Lass mich nicht runterfallen. Sonst werde ich echt stinken. So. Ah Gott. Okay. Excellent. Excellent. Ich springe noch nicht hier rüber. Du bist bekloppt. Oh. Da. Puh. Okay, du zeigst mir den Weg nach drüben. Ah. Gott. Mama. Okay, gut. Gut. Es kann, es kann nur hier passen, oder? Oh shit. Hier rauf, hier rüber, oder? Hier. Hier. Nein. Ezio. Ah, du Idiot. Nein, nein, ich bin nicht schuldig. Will ich die Spielfigur steuere? Ich habe richtig gesteuert. Er hat sich anders entschieden. So. Genau. Excellent. Da und nun. Ähm. Ah ja. Okay. Weiter, weiter, weiter. Ich glaube, es ist schon eine halbe Stunde um, oder? Acht Minuten ist doch ein Witz. Unmöglich, sage ich dazu. Unmöglich. Ah, Gott sei Dank. Halleluja. Etzio. Spring. Ah. Huh. Ähm. Die Fahne kann mich sowas von am Pöpö. So. Oh, Gott. Acht Minuten. Oh, süß denn. Gott. Er spart mir Arbeit. Ganz schön bekloppte Jungs. Ich entferne mich vom Wort. Okay, okay, okay. Okay, lass los. Lass los. Ich blick schon durch. Ich blick schon durch. Ich blick. Ich blick schon. Hier. Lass mich hier rauf. Jo, wie soll ich denn? Meine Kette, jetzt sprichst du da. Ne, Mensch, ja. Was? Wie soll man das? Ah. Ah, Gott. Wie zur Hölle soll denn das funktionieren? Funktioniert auch nicht. Okay, super. Ach, hier oben. Acht Minuten. Lasst mich in Ruhe mit den acht Minuten. Okay. Nun komme ich wieder hier hoch. Gott sei Dank. Will ich das? Wo zur Hölle bin ich hier? Wo zur Hölle? Ich bin hier wieder zurückgelaufen. Nein. Wie kam ich denn jetzt wieder hier zurück? What? Okay. Warte. Warte. Ich ging doch hier rauf, oder? Das sah doch richtig aus. Ach, lass mich. Dann haben wir das hier. Und dann kam ich hier wieder raus. What is going on? What? Okay, ich checke gar nichts mehr jetzt. Okay, Moment. Wieso kann ich hier nur im Kreis gehen? Was ergibt das alles für einen Seen? Wozu will ich hier wieder rüber? Ja, lass es halt. Kann ich hier oben runter? Hier rauf. Okay, meine Güte, woher soll man das wissen? Acht Minuten liegen. Acht Minuten am Popole. Wenigstens ist hier eine Kiste. Acht Minuten. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Moment. Et's ja. Und wie komme ich... Oh Gott, wie komme ich zu meinem Schatz? Er hätte mich auf die andere Seite geklettert wäre, oder? Okay, Schatz kann mich mal... Kreuzweise. Plündern. Okay. Muss nichts sein. Alright. Wer hängt denn hier rum? Okay, dann... Ich muss hier rauf. Exakt. Exakt. Jetzt gibt ihr mal ein wenig mehr Mühe jetzt hier. Ähm, ja. Es verläuft jetzt folgendermaßen. Fahne. Okay. Hier nicht. Hier. Komm hier rauf. Na gut, auf jeden Fall zu diesem Punkt. Das ist ja wunderbar. Wunderbar. Noch besser. Am besten. Okay. Puh. Ich schätze. Ezio, mach kein Quatsch. Genau. Hier rauf sollst du, Ezio. Fall nicht runter. Ich schwöre. Ich schwöre, Ezio. Ich schwöre. Oh Gott. Gott sei Dank. Sequenz. Könnte helfen, wenn ich stürze. Ich will gar nicht dran denken, zu stürzen, Ezio. Ist mein Traum, weil sonst schmeiße ich den Controller aus dem Fenster. Und du kannst mir dann einen neuen kaufen. Oder ich ruf bei Ubisoft an. Wie soll man den zurückerstatten? Okay. Hopp. Okay. Okay. Äh, nicht hoch. Oder? Warte, 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 warte. Okay. Ähm. Das ist aber etwas weit, oder? Aber ich schätze, ich muss hier rüber. So jetzt auf diese Art und Weise. Meine. Wer? Ubisoft. Ich verklage dich, wenn ich den Sprung nicht schaffe. Oh Gott sei Dank. Puh. Oh. Oh. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Gott sei Dank. Ezio, rauf. Toll, das jetzt zählt. Zählt das auch noch zu den 8 Minuten? Das kann mir doch keiner erzählen hier. Ezio? 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 Okay. Rauf. Oh, oh. Vorsicht, Vorsicht. Ezio nicht übertreiben. Okay. Nach links... ...will ich eigentlich... Wo will ich denn hin überhaupt? Ich will ganz woanders hin. Was habe ich überhaupt vor? Ja, hierhin will ich. Also komm. Du hast nur noch... Okay. Halleluja. Ich habe den Schatz. YouTube. Acht Minuten. Acht Minuten, sage ich mal. Ich weiß, ich habe das alle 5 geschafft. Tomaten. Gott sei Dank, Tomaten. Was ist das? Was ist das? Schriftrolle. Eins. Aha. Okay, die Super-Special-Rüstung-Style. Ja. Okay, YouTube. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Part. Wieder. Ich plündere jetzt noch ein wenig. Tomaten. Und... Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.